ich nehme nur das mit von dem ich noch weiß dass es existiert wäre auch hier nicht speedrunner-lober obwohl ich glaube das ist ein bisschen schneller durchspielen werde als beim ersten mal ja ist sehr gut wassersteuerung ich bin einfach hier hoch fliegen mal gucken wie weit wir heute kommen schauen ich denke mal heute und vielleicht morgen noch und dann sind wir mit dem spiel vielleicht durch mal schauen es wird nicht mehr viel vielleicht bauen wir heute noch durch mal gucken das einzige halt ist nur das umgedrehte schloss ist eigentlich so eigentlich das einzige zum gedrehtes schloss eigentlich sonst hat er noch das umgedrehte schloss hat ja noch ein secret boss jetzt auch nicht einfach ist aber so 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 Wunderbar. Wo waren jetzt die Ohren? Da. Okay. Glaub ich richtig? Ja. Oh Mann ey. Belastend. So, ich glaube da oben rechts waren wir noch nicht, ne? Ne. Okay. Wir können jetzt erstmal die Ringe ausrüsten, den Goldring und den, ups, ne, als Goldring Silberring. So. 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 So, da können wir uns wieder unsere alten Sachen ausrüsten und dann gehen wir runter. Oh, das haben wir sehr viel. Wir haben erstmal schon mal Max Leben und Max Herzen. Cool. Tolle Begrüßung. Sie wollen den Spieler am Ball halten. Das haben wir hier drüben. Und Speicherpunkt. Nice. Na gut. Na dann. Safe Point. So, das ist der Raum hier. Ja, okay. Ich weiß, was für ein Kampf kommt. Nice. Los geht's. Ja, aber könntest du? Dann für alle unsere Säke, zeig mir, dass du willst. Ja, okay. Okay, oh Hey Sie sind alle Okay You're stronger than I am you can save Richter will you please I can't promise that But I will stop him if it must be that way here I found these take them Maybe fix them and these are if you wear them you can see beyond delusions Thank you, I go to find Richter stay and pray for him Hey Ich wechsele erstmal wieder die Waffe die Nunchakus sind ja mal nicht so geil Da versucht man diese Session aufzunehmen und OBS weigert sich den Ton zu finden. Nice Selbst wenn du nicht streamst macht irgendetwas bei dir problem ist es Die riechen das die riechen das Ob ich jetzt weiß dass du was vor hast fixe und es ist gruselig Ich erzähl also Das brauchte ich ganz kurz Okay wir haben jetzt die heilige brille wir müssten eigentlich noch irgendwie dahin Hmm Hmm okay was da drüben war ja egal ich glaube man müsste da so ein bisschen im raum stehen bleiben aber ich bin da jetzt die faul für was auch immer da war das wird nicht so wichtig gewesen sein dann so max herzen oder max leben wenn der gemein noch mal eben weg weil ich schlafe die nichts mehr alles klar wo war denn der teleprompter 1 oben oder bivak bivaka ach das ist zum werfen okay der meint dann uninteressant ich finde es gut dass wir beim monster wieder auch ich komme die ganze zeit auf monster thema zurück ich finde es aber gut dass wir das ja pro kass wieder machen ich meine wir sind jetzt wieder kurz vorm hiring es wird nicht mehr viel und das nächste ist wahrscheinlich der oder von legianer und dann hat alles diablis und wo die haben das können problematisch werden obwohl wir sind die fest das ging schon hin aber das ist so gefühlt andermal ich muss das mal gucken wie ob mich das überhaupt noch spielen muss weil ich habe jetzt acht stunden video material das ist schon eine menge dank so zwei müssen wir das noch mal spielen mhm zu darts 2 werden wir bald zurückkehren nice ich werde demnächst mal die videos fertig machen damit ich weiß was ich noch brauche und was nicht wir müssen eins höher hier hin müssen wir und noch höher da kommen wir jetzt gegen dings halten gegen richter belmont würde ich nicht so scheiße sein in castelvania würde ich auch wonder of blood spielen aber ich bin nicht so der fan davon leider willi kommen gehen jetzt danke ok dann wüssten uns ganz kurz die heilige brille aus max herzen und dann legen wir los ich bin ruhig für jahre anscheinend war ist abel und planning zu resurrect count dracula dracula reises once a century one chance for each belmont in den verga if i bring him back now the battle can last for eternity you have lost your way so be it vampire hunter let your battle begin with me yeah how inconvenient but we've only just begun the master's ascension is at hand how inconvenient but we've only just begun the master's ascension is at hand uh would you say oh but and 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 Nein, was habe ich gemacht? Du hast ihn, Alucard! Vielen Dank! Alucard? Das Alucard? Du kannst nicht sein! Das war über 300 Jahre vorhin! Keine Ahnung. Ist der Mann, der Sie in diesem Kastel kontrolliert? Ja, glaube ich so. Maria, mach Richter und weg hier. Ich werde das fertig machen. Alles klar. Glückwunsch! So, auf zum Shitplace! Willkommen im umgedrehten Schloss. Ich mag diesen auch nicht. Das ist so der Ort, der so ein bisschen das Spiel für mich kaputt gemacht hat. So, wir haben natürlich keine Karte. Ich hoffe, wir haben mal ein Secret, ne? Ja. Ich muss mich erst mal hier lang leiden. Ja. Stabbertrank. Okay. Immuneis. Immunfeuer. Immunstein. Immundonner. Schön, dass wir hier alles immun kriegen. Ich glaube, das Spiel möchte uns zu etwas warnen. Wahrscheinlich nur was. So. Hier wird es... Von hier kamen wir ja. Was ist auf der Seite jetzt da? Das ist die Frage. Hier muss ein Gegner anscheinend. Okay. Es ist hinten irgendwas Besonderes. Also es ist die ganze Zeit rumpelt und... Und so. Naja. Ein Granat ist hier. Ja, immerhin. Immerhin etwas. Oh. Hier können wir lang. Okay. Hier ist aber nichts. Nice. Super. Eine Karte von... Uh, hallo. Irgendwann sind die Schädelwächter noch hier. Etwas positives, I guess. Wenn die Schädelwächter gar nicht gerechnet, ne? Tja, die Frage ist jetzt, oben oder unten? Hm. Ups. Ich würde sagen, wir gehen hier längs. Wie gesagt, das ist ja dasselbe... Ist ja eigentlich dasselbe, bloß halt umgedreht. Deswegen ist das mit den Speicherpunkten jetzt ein bisschen verwirrend hier. Dass wir jetzt an der Decke stehen und nicht irgendwie da auf den Teppich... Ist immer alles so verwirrend hier. Was war hier unten? Ich habe schon wieder alles vergessen. Ah, ja. Ein Bibliothek-Ausweis. Nice. Cool. Sonst war da nichts. Okay. Dann kann man ja hochfliegen. Äh, hier ist die Linkstür, ja. Oh, ein Boss haben wir hier, ja. Mit Ledermaus haben wir hier, ja. Die Damage macht. What? Chill. Oh, ja. Aua. Level plus. Irgendein Blatt erhalten. Äh. Sind ich hier? Anscheinend nicht. Mhm. Okay. Oder ist das ein Relikt? Naja. Schätze, 1 und 5. Int plus 10. Wow. Weil wir auch Zauber benutzt im Spiel. Come on. Ah. Dann können wir nochmal fix zum Speicherpunkt uns bewegen. Ich glaube, bin ich mich... Nee. Ich glaube, 1 höher war der Teleportationspunkt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es hat auf jeden Fall Damage gemacht. Die Fledermaus. Und eigentlich, soweit ich weiß, überall wo ein Boss war, ist jetzt wieder ein Boss. Das heißt, doppelte Anzahl an Bossen. Jawoll. Yeah. Yay. Freude und so. Das war hier oben. Okay, da war eine Abkürzung dahin. Und wo geht es hier hin? Oh. Blitzpanzer. Verteidigung gegen Donner. Okay. Äh. Irgendwie. Ja. 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 Vielen Dank.